Ich habe eine Provinz gemacht, dass ich mit diesem Leben fertig wäre. Das ist nicht so, wie es aussieht. Ein tolles Dankeschön für euren tollen Support vor allem Sabrina, Jenny und Dieter. Merci. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann ich bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm. Hier. Gib mir die Hand. Alter Schwede, bist du leicht. Ist dir die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So am Bibeltreffen. Äh. Hier erinnere ich mich. Ja. Guter Sprung. Wie geht das Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee. Keine Lust auf Schuldgefühle. Guter Sprung. Hm. 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 Die sind gleich da. Hm. Das war leicht. Hm. verdammt kein türkeil doch schon das dachte ich jedenfalls nein ist auch egal dann geht es ab nach oben nach oben einfach mir nach genau so und jetzt jetzt ab nach oben hast du das schon mal gemacht ein oder zwei mal hier komm schon du bist dran was hast du so gemacht vor allem gearbeitet siehst du noch mit diesem mädchen aktuell ein problem Kein Problem. Ja, echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, war's? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay. Durch die Messe. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Herzen? Ja. Okay, weiter. Oh, der ist es. Hey. so kann ich nicht springen einfach um die ecke Schöner Ausblick, was? Ja Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger Warte hier und schau mir zu Du bist gerade Okay Du schaffst das Du schaffst das, Nate Okay, mach nur Nicht zu viel nachdenken Oh Mist Hör dich Komm Komm Geschafft Ja Ja Natürlich Hör dich Hier, folge mir Weißt du was? So jetzt bist du mal dran Echt? Ja Ja, echt Ich folge dir dann So geht das, Nate Okay Dann mal los Wooh Wooh Okay Nach dir Nach dir Und jetzt runter Und jetzt runter Genau so Und draußen Okay Hey Seh mal Wow Eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin Wie krass Ja Sie ist geklaut Wow Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert Ihr kauft von meinem schwer verdienten Geld Ja komm Spring auf Was? So etwas machst du doch nur, wenn du Etwas gut machen willst Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay Okay Ich hab da diesen Job Gutes Geld Sehr Gutes Aber Ich muss eine Weile weg Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr Und dann bin ich ruckzuck wieder da Okay? Du lässt mich hängen Ach komm, mach's nicht so dramatisch War's denn nicht schon genug mich ...